Hey Leute und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Charlie, ich bin 18 Jahre, gehe noch zur Schule und nebenbei mache ich eben dieses YouTube-Ding. Und mein Plan ist es, zumindest über die Sommerferien, so oft wie es geht, ein Video hochzuladen. Das öfteste wäre natürlich jeden Tag ein Video, aber mal schauen wie das Ganze funktioniert. Das Ganze wird etwas einfach sein, werden keine hochauflösenden, hochaufwendigen Vlogs sein, aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um ein bisschen mich selbst zu trainieren, was das Film draußen angeht, einfach meine Kamera hinzustellen und einfach mal zu filmen, aber auch, um ein bisschen Schnittmess besser zu lernen, weil ich ja dann jeden Tag mit dem Schneiden konfrontiert bin. Mit Ausdauer möchte ich ein bisschen mich selber dazu motivieren, jeden Tag immer wieder eine bestimmte Tätigkeit zu machen und das Größte für mich, ich möchte meinen persönlichen Tag einfach festhalten. Das hat den Grund, dass ich in den letzten Wochen und Monaten immer das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen zu wenig tue am Tag, ein bisschen zu unproduktiv bin und diese Produktivität versuche ich einfach mit dieser Kamera zu steigern, weil ich immer einen Hinterkopf habe, die Kamera läuft irgendwann, ich habe den Vlog, den ich noch schneiden muss und damit versuche ich meine Produktivität nach oben zu bringen. Gut, dann hoffe ich, dir gefällt mein Kanal, abonnieren weißt ja, wo du es machen kannst und in der Beschreibung findest du noch meinen Hauptkanal, wenn du möchtest, kannst du dich ja darauf hinschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen bei einem neuen Vlog wieder. Bis dann!